Badgestalter Badgestalter würde ich in erster Linie mit Exklusivität verbinden. Ich würde sie beschreiben als erstmal zuverlässig, kompetent. Und wenn ich heute daran denke, dass ich eine Firma kennenlerne, die in dieser Gruppe die Badgestalter drin ist, dann würde ich die immer empfehlen. Meine Erfahrung mit den Badgestaltern war, das ist Königsklasse. In dieser Liga tanzen wenige. Wir sind eine Leistungsgemeinschaft aus Bäderbauern, die auch alle das komplette Bad leidenschaftlich bauen. Wir sind aber alles noch individuelle Firmen. Wir versuchen immer die Kunden zu begeistern und davon kriegen wir unsere Energie. Also der Kunde kann sich schon sicher sein, wenn er in ein Geschäft reingeht, wo die Krone des Badgestalters hängt, dass er einen sehr hohen Standard erwarten kann. Weil das einfach Spaß macht. Das ist mein Beruf und ich liebe es. Wir führen alle Gewerke durch. Und das zum Festpreis und mit Termingarantie. Alles komplett aus einer Hand. Ihr braucht sich um gar nichts kümmern. Es hat keine Verzögerung gegeben. Nee, das sowieso nicht. Die Arbeiter erschienen alle pünktlich. Es war perfekt insofern, weil ich mir nichts Besseres vorstellen kann. Es hat alles super funktioniert. Perfekt. Ja, wir müssen schon beweisen, dass wir das, was wir versprechen, auch nachher halten können. Also ein Badezimmer ist für mich schon ein Ort der Behaglichkeit. Es ist auch ein erotischer Bereich. Man kann alles in einem Bad machen. Danke.